Du möchtest pro Stunde bis zu 36 Euro mit deinem Smartphone mit Apps verdienen? Ich habe heute für dich wieder 10 Apps am Start, mit denen du eben Geld verdienen kannst, aber vorweg, du wirst nicht mit jeder App 36 Euro pro Stunde verdienen können. Es wird auch ein, zwei Apps dabei sein, wo ich schlechte Erfahrungen gemacht habe, wo du auch die Finger von lassen solltest. Wir werden uns das Ganze ein bisschen genauer ansehen. Und wir starten mit der ersten App, und zwar TaskRabbit. Finde ich persönlich, ist eine sehr, sehr coole App, denn hier findest du kleinere Aufgaben in deiner Nähe und kannst darüber teilweise sehr, sehr gutes Geld verdienen. Erstmal kannst du hier dein Arbeitsgebiet wählen. Ja, das Ganze ist in ganz Deutschland. Da wählst du dann deine Stadt aus. Und ich habe jetzt hier als Beispiel einfach mal Berlin genommen. Und dann wählst du die Kategorie. Als Beispiel bei Holzarbeiten würdest du bis zu 36 Euro pro Stunde verdienen. Aber es gibt hier sehr viele verschiedene Kategorien, von Buchhaltung zu Reinigen, Computerhilfe, Kochen, Backen, Dateneingabe, Dekorieren, Besorgungen, Eventplanung, Möbelmontage, Grafikdesign, schwere Lastenheben, Waschen, Bügeln, Holzarbeiten, Reparaturen im Haus, Aufräumen, Fotografie, auf Haustiere aufpassen, ein- und auspacken, Recherche, anstehen. Also du hast da wirklich unterschiedliche Sachen, mit denen du hier Geld verdienen kannst. Auch ungewöhnlichere Wege, wie du Geld verdienen kannst. Eben wie anstehen, 13 Euro pro Stunde. Und das finde ich eben sehr cool. Oder eben hier, was hatten wir noch? Ein- und auspacken. Also da sind auch ein paar ungewöhnliche Möglichkeiten dabei, mit denen du an Geld kommen kannst. Schwere Lastenheben oder Ähnliches. Also finde ich sehr, sehr cool. Und eben teilweise 13 Euro pro Stunde. Oder wie wir vorhatten bei Holzarbeiten bis zu 36 Euro pro Stunde. Und eben gibt es das Ganze hier für den App Store, für den Play Store. Und könnte dementsprechend vielleicht ganz interessant sein. Du bist eben dein eigener Chef. Du kannst die Stunden-Sätze selber festlegen. Du bekommst 100% und hast eben viele zahlreiche Aufgaben in deiner Nähe, in deiner Stadt. Und du hilfst natürlich auch andere Menschen. Tust was Gutes. Die brauchen die Unterstützung. Und du bekommst dein Geld. Erstmal musst du dich hier dann eben registrieren. Dazu benötigst du die App. Dann musst du dein Profil ausfüllen. Dann musst du eben deine Eignung verifizieren. Das heißt, du musst deine Dokumente hier hochladen. Und die Webseite bzw. die App überprüft deinen Hintergrund, ob das Ganze passt. Ob du damit Geld verdienen kannst. Und dann kannst du deinen Zeitplan, deinen Arbeitsbereich festlegen. An welchen Tagen du arbeiten möchtest. Wie lange, wie viel. Und dann bekommst du eben Jobs und kannst damit Geld verdienen. Es gibt hier auch noch eine FAQ mit ein paar Fragen, falls das für dich wichtig ist. Und wie gesagt, gibt es davon eine App. Tasker von TaskRabbit heißt die App. Und ich persönlich finde es eine mega coole Möglichkeit. So, ich sage jetzt mal so 10 bis 36 Euro ungefähr pro Stunde kannst du eben verdienen mit diesen Aufgaben. Da sind teilweise auch wirklich sehr einfache Aufgaben dabei, die auch wirklich jeder machen kann. Es müssen aber eben natürlich auch Aufgaben sein, die in deiner Nähe sind. Und eben finde ich es grundsätzlich sehr, sehr cool. Du musst eben die Sachen verifizieren können. Aber ansonsten, wenn du die Dokumente hochgeladen hast, wenn du dich verifizieren kannst. Finde ich, ist es wirklich eine coole App, womit du sehr, sehr gutes Geld verdienen kannst. Und könnte dementsprechend vielleicht ganz interessant sein. Eine weitere App wäre dann QMe, bezahlte Umfragen. Bei dieser App kannst du, naja, wie es der Name eh schon sagt, mit Umfragen Geld verdienen. Die App selber hat 4,3 Sterne, eine Million Downloads. Das ist eine App, die habe ich von dem Zuschauer von euch, von einem, mal als Empfehlung bekommen, dass sie ganz gut sein soll. Und die ist wirklich sehr solide. Die kann man auf jeden Fall abchecken. Da kann man auf jeden Fall mit Umfragen den einen oder anderen Euro verdienen. Und eben das dann natürlich auch ausbezahlen. Es ist wirklich sehr solide Paypal als Auszahlungsmöglichkeit. Also da kann man nicht viel falsch machen. Wenn man eben mit Umfragen Geld verdienen möchte, da kann man die auf jeden Fall mal abchecken. Klar, wir sind mit Umfragen nicht reich werden. Aber ein paar Euro im Monat sind damit möglich. Und von den Umfrage-Apps, die es gibt, gehört die meiner Meinung nach auf jeden Fall zu dem Besseren. Also finde ich es wirklich sehr solide, sehr gut. Kann man auf jeden Fall machen. Klar, wir sind auch hier von Umfragen ausgeschlossen manchmal. Das solltet ihr natürlich bewusst sein. Aber allgemein wirklich eine sehr solide App, wo man nicht wirklich viel falsch machen kann. Wenn man eben damit Geld verdienen möchte. Und sich bewusst ist, dass man Daten von sich weitergibt bei Umfragen und so weiter. Aber eben grundsätzlich auf jeden Fall sehr solide. Dann haben wir die App Loot Up Paid Service Earn Cash. Das Ganze ist eine, wie es dann auch schon sagt, eine Umfrage-App, wo du Geld verdienen kannst mit Umfragen. Du kannst hier aber auch Geld verdienen, dadurch, dass du dir Videos ansiehst und ähnliches. Glücksrad gibt es zum Beispiel auch. Aber eben hauptsächlich durch das Beantworten von Umfragen. Es gibt Giveaways auch und ähnliches. Das sind alles so ein paar Sachen, mit denen du hier bei der App Geld verdienen kannst. Die App hat 4,4 Sterne für 100.000 Downloads. Und was ich dir sagen kann, du kannst so ein paar Cent pro Tag verdienen. Du hast aber meiner Erfahrung nach sehr häufig das Problem, dass du von Umfragen ausgeschlossen wirst. Und was ich in den Bewertungen gelesen habe, viele Leute wurden, zumindest laut deren Aussage, ohne Grund gebannt. Das heißt, das ist auch so ein Aspekt, was dir bewusst sein sollte. Gebarmt wurde ich nicht. Also die Erfahrung habe ich nicht gemacht. Aber eben, dass ich häufig von Umfragen ausgeschlossen wurde, dass die Bezahlung wirklich nicht gut ist. Aus meinen Erfahrungen. Das heißt, das sollte dir bewusst sein. Deswegen, ich finde die App ist okay, wenn man das maximal sagen kann. Also muss man nicht machen, wenn einem langweilig ist. Okay, aber würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Kann man machen, muss man aber nicht. Eine App, wovon ich die Finger von lassen würde, wäre Game Prices Geld verdienen. Hier ist es so, du kannst ein Glücksrad drehen, Lotto machen, über Paypal ausbezahlen. Du hast hier über 70 verschiedene Spiele, die du spielen kannst, wofür du Lose bekommst, wo du an Losungen teilnehmen kannst. Also grundsätzlich hast du da ein paar Sachen. Das findest du auch alles in der Beschreibung, die Informationen. Du spielst eben diese Spiele, bekommst Losungen, Lose, jetzt habe ich es schon wieder falsch gesagt, bekommst Lose, kannst an Losungen teilnehmen. Und wie gesagt, über Paypal ausbezahlen. Auch hier ist es so, du kannst so ein paar Cent pro Tag verdienen. Auszahlung ist hier ab 10 Dollar. Also wenn du ein paar Cent pro Tag verdienst, dann dauert das ein paar Monate, bis du da die 10 Dollar zusammen hast. Also wirklich würde ich dir nicht empfehlen. Das Ganze ist ab 18. Ich persönlich würde die Finger davon lassen. Ich glaube vielmehr muss ich dazu auch nicht sagen. Könnt ihr natürlich abchecken, aber wie gesagt, ich würde die Finger davon lassen. Dann haben wir die App Be My Eye. Das finde ich eine sehr coole App, die kann man auf jeden Fall abchecken. Denn hier findest du verschiedene Aufgaben, Aufträge in deiner Nähe, die du dann erledigen kannst. Das heißt zum Beispiel, geh in den Supermarkt, mach ein Bild vom Fleischregal, lad das Bild hoch, beantworte ein, zwei Fragen und dann kannst du dafür bis zu 5 Euro bekommen, dafür dass du das machst. Und so findest du eben verschiedene Aufträge in deiner Nähe und kannst sie dann eben abarbeiten und bekommst dann immer wieder ein paar Euro. So, reich werden wirst du dadurch natürlich nicht, aber immer mal wieder ein bisschen was ist auf jeden Fall möglich. Und 4,2 Sterne finde ich ist absolut solide, kann man machen. Vor allem in der Stadt natürlich interessant, wo viele Aufträge sind. Irgendwo im hintersten Eck werden wahrscheinlich nicht viele Aufträge sein. Aber grundsätzlich finde ich ist Be My Eye eine sehr solide App, kann man nicht viel falsch machen. Dann haben wir die App Influence. Das ist eine interessante App, denn bei dieser App kannst du Geld verdienen durch Videoumfragen. Das heißt, du nimmst an Videoumfragen teil und bekommst so Geld. Das sind meistens, so wie wir hier im Screenshot auch sehen können, so 60 Cent circa, die du dann bekommst, dafür dass du in einem Videointerview ein paar Fragen beantwortest. Also könnte auch ganz interessant sein. Klar, da sieht man euer Gesicht, also das muss ich natürlich dann bewusst sein bei so Videointerviews. Aber könnte vielleicht auch ganz interessant sein. Kannst du vielleicht auch den einen oder anderen Euro verdienen. Könnte eben auch vielleicht ganz nett sein. Dann haben wir die App Spock, Kaufe und Verkaufe. Bei dieser App kannst du verschiedene gebrauchte Gegenstände, Artikel, Kleidung und ähnliches hier verkaufen und darüber Geld verdienen. Das heißt, du siehst hier ein paar Informationen. Eben Secondhand, Gebraucht, Antik, alles mögliche kannst du hier verkaufen an gebrauchten Artikeln, an gebrauchten Dingen und so immer wieder Geld verdienen. Das heißt, hier zum Beispiel Schuhe oder hier irgendeine Tasche. Also ganz unterschiedliche Sachen, so kannst du Geld verdienen und dann über Überweisung ausbezahlen. Also finde ich, ist auch eine sehr coole Möglichkeit. Spock, da gibt es natürlich sehr viele verschiedene Apps in dem Bereich, wo du so gebrauchte Artikel verkaufen kannst. Finde ich, ist ganz nett. Kann man nicht viel falsch machen. Wenn du darüber Geld verdienen möchtest in einen oder anderen Euro, dann check die App gerne mal ab. Dann haben wir die App Match2Win Real Money Games. Die App ist ab 18, denn auch hier kannst du über Lotto, Glücksrad, Casino, Rubbellose und ähnliches Geld verdienen. Hier ist es so, dass du ab 7 Dollar ausbezahlen kannst und sowohl ich als auch andere Leute in den Bewertungen haben wohl sehr häufig sehr ähnliche Erfahrungen gemacht. Denn ab so 6,55 Dollar kannst du hier kein Geld mehr verdienen bzw. verdienst du hier kein Geld mehr. Die Erfahrung habe ich gemacht. Die Erfahrung haben wohl auch einige in den Bewertungen gemacht, was ich gelesen habe. Das heißt, kurz vor der Auszahlungsgrenze bekommst du kein Geld mehr. Deswegen, aus meinen Erfahrungen, würde ich die Finger davon lassen. Ist es Zeitverschwendung und dementsprechend können wir die auch relativ schnell abhaken. Solltest du nicht nutzen. Aber wenn du es mal testen möchtest, teste es. Aber aus meinen Erfahrungen würde ich es nicht nutzen. Dann haben wir die App User Testing. Bei dieser App kannst du Geld verdienen als Usability Tester. Das heißt, du testest irgendwelche Apps oder Webseiten, musst da deine Gedanken laut aussprechen, musst da schauen, ob dir da irgendwelche Fehler und Bugs auffallen. Aber auch einfach mal in einer realen Situation testen. Und ja, wie gesagt, das sind Webseiten oder Apps. Und wir sehen hier weiter unten, wie viel du damit verdienen kannst. Du verdienst so 4 Dollar für 5-minütige Tests, 10 Dollar für 20-minütige Tests oder auch bis zu 120 Dollar für Live-Interviews. Und diese Live-Interviews, die dauern so circa meistens 60 Minuten. Klar muss man aber auch sagen, du wirst jetzt keine 120 Euro in einer Stunde verdienen. Das wird wahrscheinlich ein bisschen weniger sein. Aber auf jeden Fall wird es immer noch gar nicht so schlecht sein, der Verdienst. Und so kannst du eben immer wieder mit Tests als Usability Tester hier bei User-Testing Geld verdienen. Das Ganze gibt es sowohl als Webseite als auch als App. Wenn du das Ganze als Webseite nutzen möchtest, benötigst du aber auch ein Mikrofon. Wovon du ausgehen kannst, du wirst jetzt hier nicht jeden Tag einen Test bekommen, immer mal wieder. Ein paar Tests im Monat. Also du wirst so ein paar Euro im Monat verdienen können, aber jetzt keine Tausende von Euros. Vielleicht, wenn es mal gut geht, ist es über 100 Euro, was du im Monat verdienen kannst. Aber du wirst jetzt hier, wie gesagt, keine Tausende von Euros verdienen. Aber auch das ist wirklich eine sehr, sehr coole App, mit der man auch den einen oder anderen Euro verdienen kann. Aber natürlich auch nur, wenn ein Test zur Verfügung ist. Aber wenn, dann ist es gar nicht so schlecht. Kann man auf jeden Fall machen. User-Testing finde ich jetzt auch einer neben TaskRabbit der besten Apps im heutigen Video. Dann haben wir die App Stormgang. In dieser App bietet dir die Möglichkeit, Passivgeld zu verdienen mit deinem Smartphone, indem du Kryptowährung, genauer gesagt Bitcoin, meinst. Und vorweg, ihr wundert euch vielleicht, warum jetzt keine Facecam mehr ist. Aus dem einfachen Grund, weil ich nicht zählen kann. Denn ich habe das Video geschnitten und gemerkt, ich habe nur 9 von 10 Apps. Das heißt, ich muss jetzt noch die 10. App aufnehmen. Und das ist eben die App Stormgang. Und wie schon gesagt, bei dieser App kannst du Passivgeld verdienen durch Krypto-Miner. Natürlich musst du dich erstmal hier registrieren. Konto erstellen, die App natürlich downloaden. Und dann ist es relativ einfach. Du klickst hier auf diesen Button und dann läuft ein Timer ab von 4 Stunden. Und in dieser Zeit farmt er dann Bitcoins. Und danach bekommst du die Belohnungen. Und Withdrawn kannst du das Ganze hier ab 10 Dollar entweder dann eben in andere Kryptowährungen umtauschen oder ähnliches. Und eben darüber dann, wie gesagt, ausbezahlen. Du kannst aber auch sonst Kryptowährungen kaufen und verkaufen und ähnliches. Also ein paar unterschiedliche Sachen eben im Bereich Kryptowährungen. Aber eben auch Passivgeld verdienen mit diesem Krypto-Miner. Was ich aber an der Stelle auch sagen möchte, ich bin alles andere als ein Kryptowährung-Experte. Das möchte ich ganz klar erwähnen. Die App selber hat 3,4 Sterne, 5 Millionen Downloads. Von dem Ganzen gibt es hier auch eine Webseite. Wie du sehen kannst, hier eben diese 4 Stunden. Da siehst du auch nochmal ein paar mehr Informationen. Je nach Bergbaugeschwindigkeit, ich habe das Ganze jetzt auf Deutsch übersetzen lassen, ist es nochmal mehr oder weniger, was du dann eben an tägliches Einkommen verdienen wirst. Wie gesagt, wenn du da mehr zu wissen möchtest, informiere dich hier auf der Webseite. Und hier siehst du auch, wie das Ganze funktioniert nochmal. Wie gesagt, muss ich entweder hier auf der Webseite registrieren oder bei der App registrieren. Du musst dann eben das Ganze aktivieren. Und dann wird eben dieser 4 Stunden Mining-Prozess gestartet. Und wie gesagt, kannst du das gegen andere Kryptowährungen umtauschen. Die Frage ist natürlich, sollte man das machen, ist das eine Möglichkeit Passivgeld zu verdienen? Wie viel verdient man wirklich? Also was ich dir sagen kann aus meinen Erfahrungen aus den Bewertungen, YouTube-Videos und eben auch hier den Bewertungen, die ich alle so zu mir genommen habe, kann ich dir sagen, du wirst wahrscheinlich damit nicht reich werden. Du wirst wahrscheinlich damit den einen oder anderen Cent, vielleicht auch den einen oder anderen Euro verdienen. Aber du wirst damit alles andere als reich werden, Passiv. Ich habe von Leuten gehört, die haben die App ein Jahr genutzt und haben vielleicht so 10, 20 Dollar verdient. Also irgendwo in dem Bereich wirst du wahrscheinlich auch verdienen, wenn du diesen Krypto-Miner nutzen möchtest. Und das solltet ihr natürlich dann auch bewusst sein. Und klar, hört sich erstmal nett an, so 10, 20 Euro im Jahr, wenn wir jetzt davon ausgehen. Und das Ganze eben passiv, ohne Arbeit, ohne dass du irgendwie was investieren musst oder ähnliches. Hört sich wie gesagt alles erstmal sehr nett an. Aber man darf da natürlich nicht das Negative vergessen. Zum einen sind Kryptowährungen immer so eine Sache. Da kann man auch sehr schnell Minus machen und ähnliches. Also da muss man immer ein bisschen aufpassen. Und vor allem natürlich, wenn du hier diesen Krypto-Miner nutzen möchtest, dann ist es eben so, dass dir natürlich bewusst sein sollte, CPU, GPU, je nachdem. Batterie, also Akku. Das ist natürlich auch immer so eine Sache. Wie sehr werden die beschädigt durch so etwas? Und natürlich, was dazu kommt, der Strom, den du benötigst. Wie viel zusätzlicher Strom frisst dein Handy dann? Also das sind alles so Faktoren auf der negativen Seite, die dir natürlich auch bewusst sein sollten, wenn du so eine App nutzen möchtest. Grundsätzlich hört sich natürlich im ersten Moment immer sehr cool an. Ja, Passivgeld verdienen mit Bitcoin-Farming über diese Krypto-Mining-App hört sich im ersten Moment immer sehr cool an. Ja, du musst einfach nur auf diesen Button hier drücken und dann 4 Stunden nichts tun und der farmt dir Bitcoins. Wie gesagt, das hört sich im ersten Moment alles sehr cool an. Aber, wie gesagt, das sind auch einige negative Sachen, Kosten und ähnliches, die dir bewusst sein sollten. Und ob sich das Ganze dann am Ende für dich lohnt, musst du dann natürlich selber wissen. Wie gesagt, ich persönlich bin jetzt auch kein Experte im Bereich Kryptowährungen. Ich wollte es dir nochmal kurz zeigen und eben auch sowohl Vor- und Nachteile so ganz kurz benennen. Klar, Passivgeld verdienen erstmal eine coole Sache, aber eben Stromkosten, Akkuverbrauch und so weiter, alles was du beachten solltest. Deswegen, ob du das nutzen möchtest oder nicht, musst du natürlich selber wissen. Ich finde es ganz nett, aber wie gesagt, reich werden wirst du damit eher weniger. Generell muss man einfach sagen, wenn du Geld verdienen möchtest mit Apps, dann ist es maximal ein Nebenverdienst und kein Hauptverdienst. Denn reich werden wirst du damit auf jeden Fall nicht. Generell kann man sagen, dass du im Vergleich zu Webseiten bei Apps eher weniger verdienst. Und es gibt einfach viele Probleme. Ja, das heißt, zum Beispiel bei der Auszahlung hast du bei vielen Apps Probleme, beim Support hast du Probleme. Bei Umfrage-Apps ist es häufig so, dass du von Umfragen ausgeschlossen wirst. Bei Spiel-Apps hast du Probleme mit dem Tracking der Spielzeit und Ähnlichem. Also du hast da immer wieder Probleme und deswegen finde ich, viele Apps sind eher nicht dazu gedacht, wirklich Geld zu verdienen. Es gibt natürlich Ausnahmen. Ich finde so TaskRabbit zum Beispiel ist eine coole App. User-Testing finde ich ist eine coole App. Be My Eye. Also es gibt so coole Möglichkeiten, auch coole Apps. Also allgemein so Microjob-Apps, Usability-Tester-Apps sind sehr, sehr cool meiner Meinung nach. So Apps wie Spock, also wo du so gebrauchte Artikel verkaufen kannst, da kann man nicht viel falsch machen, sind auch sehr solide. So Umfrage-Apps, da ist es so, es gibt sehr gute Umfrage-Apps, sehr schlechte Umfrage-Apps. Also da muss man so ein bisschen schauen. Und bei so Spiel-Apps, Spiel-Apps finde ich persönlich schrecklich. Da habe ich persönlich immer wieder schlechte Erfahrungen gemacht. Ich gebe dem immer wieder eine Chance und immer wieder mache ich da schlechte Erfahrungen bei Spiel-Apps. Deswegen die finde ich nicht gut. Da würde ich die Finger von lassen, generell eher. Aber eben, ja, es gibt auch Ausnahmen bei den Apps, die sind sehr gut. Aber wirklich reich werden wirst du eben mit Apps nicht. Das soll dir dir bewusst sein. Aber vielleicht war heute wieder die eine oder andere sehr coole App auch für dich dabei. Oder eben vielleicht auch die eine oder andere App dabei, von denen du auf jeden Fall die Finger von lassen solltest. Du kannst natürlich auch gerne mal meinen Kanal abchecken. Da kommt jeden Tag um 17 Uhr ein Video. Jeden zweiten Tag um 12 Uhr ein Short zusätzlich. Vielen, vielen Dank für deinen ganzen Support. Falls dir das Video gefallen hat, falls du jetzt ein bisschen mehr über Apps Bescheid weißt, dann lass gerne ein Like da, lass gerne ein Abo da. Würde mich persönlich freuen. Vielen Dank für deinen ganzen Support. Und entweder kannst du jetzt das letzte Video abchecken oder auch die Prelle ist. Und dann würde ich sagen, entweder sehen wir uns da oder in einem der anderen Videos wieder. das ist nicht so wichtig. Das war's. Vielen Dank.